Herzlich willkommen zu einer neuen Daily Dax US Morning Ausgabe am heutigen Dienstag, dem 28. März 2023. Schön, dass wir wieder zuschalten und wir blicken zunächst einmal auf den amerikanischen Dow Jones Index. Wie ist dieser gestern in die neue Börsenwoche gestartet? Mit einem Kursplus von rund 0,6 Prozent ging es nach oben. Heute werfen wir mal den Blick auf den Wochenchart, denn wir sehen im Wochenchart diesen wichtigen Abwärtstrend. Gleichzeitig auf horizontaler Ebene und genau diese Zone ist und bleibt von großer Relevanz. Rund 32.600 Punkte, das ist der Widerstand, den es wirklich signifikant und auch nachhaltig zu knacken gilt, um eben weiteres Kursmomentum abzurufen. Solange dies nicht der Fall ist, könnte der Dow Jones Index auch zu gegebener Zeit wieder unterhalb dieser Marke nach unten abtauchen. Abtauchen ist das richtige Stichwort. Während gestern sich die Standardwerte nämlich etwas stärker präsentierten, ging es für den Technologie-Sektor Nasdaq um 0,74 Prozent nach unten. Also ein bisschen haben wir jetzt hier die getauschte Welt. Nachdem zuletzt Standardwerte ein bisschen unter Druck waren, Technologietitel gefragt waren, sehen wir jetzt, dass sich das Ganze wieder dreht. Also diese Sektor-Rotationen, die halten mehr oder weniger kontinuierlich an. Und jetzt wird es eben spannend zu sehen am Technologie- Index-Nasdaq weiterhin. Wir haben nämlich zwei Kurswiderstände, zum einen 12.900, zum anderen 13.060 Punkte in etwa. Diese Zone gilt es weiterhin aus dem Weg zu räumen, wenn man hier wirklich nach oben durchstarten will, beispielsweise Richtung 13.700 Punkte. Solange das allerdings nicht gelingt, ist zunächst einmal davon auszugehen, dass wir eben die hier zurückgelegte, recht umfangreiche Aufwärtsbewegung, das muss ja auch mal erwähnt werden, dann auch mal konsolidieren werden und dabei Kursen im Bereich von rund 12,330 beispielsweise eine durchaus erste Option darstellen könnten. Im Einklang natürlich, die größeren Tech-Titel bewegen sich auch gerade ein wenig nach unten. Gestern beispielsweise die Alphabet-Aktie mit einem Minus von 2,83 Prozent unterwegs. Somit sehen wir auch hier auf horizontaler Ebene, kurz vor dem letzten Verlaufshoch eben nach unten abgedreht, könnte jetzt auch tatsächlich so ein bisschen der Startschuss gewesen sein. Aber tendenziell muss man weiterhin sagen, präsentiert sich die Aktie im Chart-Technik sehr, sehr guten Trend. Also wir haben die letztendliche Ausgangslage von weiterhin ansteigenden Tiefpunkten und das ist eben ein gutes Signal. Und oberhalb, respektive von erst recht, rund 97 US-Dollar ist für mich die Aktie weiterhin in einem sehr, sehr bullischen Lauf unterwegs. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen guten und erfolgreichen Bundestag und schalten Sie heute Abend wieder ein. Selbstverständlich dann mit dem Blick auf den deutschen Aktienindex.